mit nur einem Brustteil, schaut zwar gut aus, aber ich habe die Fähigkeiten drauf vermasselt. Da spielt ein Jonglier eine Zeit, igitt, igitt, ja, einfach mal rein und dass ich mal was gutes krieg. Auch schon tut's gut, auch schon tut's gut. Kurzer Distanzschaden ist verstärkert worden von mir selber. Das war alles was wir von Dory bekommen, jetzt wird wieder nur gefightet, okay, 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 warum nicht. Uff, der Expression abgesteckt sich doch. Hikepuh, ah, nichts wegrennen. Ja, mal statt von wechseln, hopp, hopp, nicht viel gemacht. Boom. Mal Dom an. Okay. Mal die Kugeln an, die stärkeren. Dass ich mich an dieser Höhle erinnern kann, war es gar nicht so leicht. So schaut's auch schon aus. Weiß ich, ich sehe jetzt schon nichts. Ähm, war das am Boss auch da? Gut zu wissen. Wuscht einfach rein mit der Shotgun. Oh, geht doch nicht. Geht doch raus. Oh, können wir mal heilen. Hätte schon schief ausgehen können. Wow. Ui. Oh, okay. Neiner von euch mal. Bitte verrecken. Oh, der andere ist gleich wieder stecken geblieben. Wie schade. Oh. Schon zum zweiten Mal bei so einem großen. Nein, ich cheater natürlich nicht. Er hat nur Sympathie für mich entwickelt. Kann man natürlich verstehen. Ich bin sicher, das rote Teil muss der Weakspot sein. Was kann da an? Jetzt sollte ich mal einen Muni holen gehen in der Zwischenzeit. Ach, wurscht. Machen wir schnell. Machen wir's schnell weg. Big Surprise. Große Überraschung. Die Miner wurden von Monstern getötet. Wer hätte damit gerechnet? Unschöner Baum. Schnell fürs Funnel posten. Wird schon passen. Wird schon passen. Ah, Muni auch. Was für ein Luxus. Ach. Da hat mir eine ganz schöne Stimme. Oh, die Großen. Oh. Ich hab mir schon einen Felsen gesucht zum Verstecken drin. Dahinter. Ja. Nix da. Mach mal gleich weg. Hopp. Jep. Schaut nicht gut aus für die. Hopp. Oder für mich. Oh. 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 Das sind eh harmlos eigentlich. Wird so langsam. Bessers. So langsam sind die. Oh. So immer. Schöne Sache. meine kugel hat gerade ausgewichen der große ich will auch noch kugeln naschen ok nicht falsch verstehen es kugeln natürlich in dein gesicht explodierend so viele kugeln so viel schaden manchmal auch kaputt doch sicher muni geben wo ja ist da aus mit muni geht zu ok bis dahin warten wir werden nicht gleich überrannt ja da sind sie schon sehr schnell die erste runde um drei oder vier meistens bei denen hat jetzt eine träge kann ich drauf mit träge hose ob boss boss time wo sie ihn im Tod ist er gleich ja nicht lang ausgehalten etwas grosses da? ne ein kleines Kram über Ferne schießen diese Spezialeinladung brauchen er hat Muni auffüllen Starry kann warten oder Felsen vielleicht beides ne ist schon Kristall oder? macht komische Geräusche auf jeden Fall aber schöne Farbe der Coca-Cola Kristall vielleicht auch fliegen da oh nein nicht cool gleich weg mit dir ja sorry aber irgendwann reicht's dann irgendein rumfliegender No-Fly Zone und die Die Zone so was hab ich übersehen da ein Scharfschütze und da einer da kann ich mich besuchen oh fast getroffen letzte Welle ja ja will er ah just close this Ja, 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 ja. Ein paar Schüsse noch auf den Großen drauf haben, die Brust und eins auf die Decken bekommen. Oh, schon wieder. Ja, ja, ja. Nebendiesmal. So, da hat er einen zweiten. Erkenntend. Die andere halt. Okay, zu Ende. Vielleicht, hoffentlich. Die Runden ist schon viel. Mal ist die drei Runden die goldene Zahl. Und das kann auch so bleiben, eigentlich. Überlebe. Meine Lieblingsaufgabe. Oh, vielleicht. Das Spiel hat gut, so welche Bilder. Support. Keine Sorge. Der ist auch schon da. Der Papa wird's richten da. Oh. Oder nicht. Runter mit dir. Wasser und zwei. Schön. Wenn dann nur die Fliegenden. Und keine Kleinen dazu. So sind sie dann nicht so überfordern. Dann wird's schon gepusht. Und so, Monilja. Da liegt noch was. Ja, ja. Gut, gut. Oh. Ich hätte mich nichts... nichts sagen sollen wegen Fliegenden und keine Kleinen. Ach, Mist. Ich bin gefangen. Ach, okay. Okay. Ich gehe rein in die Kugel. Ach. Was am Boden? Nicht weg. Nicht weg mit dir. Du sterben weg. Okay. Was... Was... Haben wir da noch? Blaue und rote. Nicht mit der grüne Bissage hat. Schöne Farbenkombi. Habe ich einen Vogel gesehen? Nein, nein. Nein. Ein Boss wird noch kommen. Oh. Leck. Da ist er auch schon. Und... Oh. Geleckt. Sonst hätte ich den auf jeden Fall abgefangen. Schnelle Sache mit dem gemacht. Und Vogel. Und Vogel. Und Vogel. Nicht gut. Er ist gelandet. Oh. Ah, je. Hab nochmal gelandet. Oh. Ich bin eine Schelle bekommen. Aus keine Verstärkung mehr, Junge. Nur ein kleiner hinterhalb. Oui. Was war's dann auch mit ihm? Mit dem Level. Ob, ob, der trifft sogar. Corgan, die Bereiche ist klar. Gut gemacht, Outrider. Ich kann meine Leute zurückkommen. Was für die Metal benutzen? Weibungen? Haha, ich habe genug Munition, um alles auf diesem Planeten zu töten. Drei Mal, Robber. Ich habe gedacht, Leute sind bereit, zu realen Business zu machen. They're desperate for some official coinage. Referrably the kind with my face on it. Ah, nothing shit just doesn't. Was Golden ist dabei? Nee, natürlich nicht. Ja, ja. Loot wird bleiben. Alles aufheben. Ja. Ich muss noch ein Thumbnail-Foto holen. Dann danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ich muss noch nicht aus. Ich muss noch ein manchen. Ich muss noch einiseer, ich muss noch ein bisschen abgefühlt werden. Dann ist etwasHandacht-kunst, ganz viel los.. zuh c ole. Also, wenn uns ein bisschen und dasyue Estate macht machen. das so exploit, dicke zujuna ist.